So, ich nochmal. Heute eine kleine Bonusrunde extra für Bela, der hat sich nicht mehr Torschüsse gewünscht. Ihr könnt das Viereck einfach so aufbauen, dass er am letzten Kegel ein Tor hinstellt und wer kein Tor hat, nimmt wieder die altbekannte Wand und dann geht er einfach nicht beim letzten Kegel wieder zum ersten, sondern schießt gegen die Wand. Und ab geht's! So Bela, ich hoffe das waren genug Torschüsse. Wenn ihr anderen auch irgendwelche Anregungen habt, was ihr gerne machen wollt, so wie Bela, dann schickt die mir einfach. Okay? Euer Tommi. So Bela, ich hoffe das war.